Hi, hier ist Marc. Die Mountainbike-Fahrtechnik-Serie geht zum Kurven-Thema. Ich kam schon um die Kurve gefahren und möchte euch jetzt Tipps geben, wie ihr das bergab Kurven auf schwierigen Untergründen optimieren könnt. An Kurven werdet ihr nicht vorbeikommen. Sie warten auf jedem Trail, auf jeder Tour, auch im Bikepark. Deswegen sollten wir bewusst angehen, wie kann man das Kurvenfahren auf dem Mountainbike optimieren. Ganz wichtiges zu betonen, das Kurvenfahren ist beim Mountainbiken anders, weil der Boden anders ist als auf Asphalt, weil die Reifen anders sind. Da gibt es verschiedene Faktoren, die da den Unterschied machen. Das A und O beim Kurvenfahren ist die Blickführung. Ihr kennt den Spruch, man fährt dahin, wo man hinschaut. Ich würde sagen, schaut bitte immer dahin, wo ihr hinfahren wollt. Sprich, wenn ihr auf eine Kurve zufahrt, man fährt erstmal weit außen an, schaut man erst in die Kurve rein. Während der Kurve wandert dann der Blick weiter zum Kurvenausgang und dann zum weiteren Wegverlauf. Wenn ihr dorthin schaut, wo ihr hinwollt, macht ihr das mit dem ganzen Körper. Wenn ihr nur mit dem Kopf nach links guckt, werdet ihr das Problem haben, dass euer Fahrrad nicht nach links mitfährt. Ihr müsst den Kopf, die Schulter, die Hüfte, die Beine, alles muss sich mit einer Rotationsbewegung mitdrehen, dass ihr quasi mit dem Körper dahin schaut, wo ihr hinfahren möchtet. Wenn ihr mit der Körperrotation richtig schaut, wird das Rad sich neigen. Ihr spürt den Sattel am Kurveninneren Bein. Bei einer Linkskurve den Sattel am linken Bein, der Rechtskurve am rechten Bein. Das nennen wir den fünften Kontakt. Bei Rennrads und Startradfahrern ist es genau andersrum, da ist der Sattel am äußeren Bein, weil die das Fahrrad und den Körper in die Neigung legen. Das heißt, beim Mountainbike ist nur das Rad geneigt, während man selber zentral steht. Wenn ihr nun das Rad geneigt habt, weil ihr dorthin geschaut habt, wo ihr hinwollt, dann könnt ihr die Radneigung noch verstärken, indem ihr euer Bike aus den Armen noch mehr in die Kurve legt. Sprich, der innere Arm wird gerade, der äußere Arm beugt sich mehr. Wir werden nicht einlenken, sondern neigen das Rad noch mehr. Ganz wichtig, natürlich ist nicht jede Kurve gleich. Es gibt verschiedene Kurven, deswegen sollte man auch angepasst verschiedene Kurventechniken variieren können. Zum Beispiel ist es so, dass man das Kurvenfahren erstmal lernt mit waagerechten Kurbeln, das ist die Basistechnik. Und wenn man zum Beispiel eine schnelle Schotterkurve fährt, eine offene hängende Kurve zum Beispiel, würde man das äußere Pedal noch ganz runter nehmen und voll belasten. Das nennt man Sporttechnik. Situativ müsst ihr angepasst die richtige Technik wählen. Ihr macht euch klein auf dem Rad, um mehr Traktion zu bekommen und die Basics des Kurvenfahren könnt ihr nachher auch in verschiedenen Kurven anwenden, zum Beispiel Anliegerkurven im Bikepark oder auch enge Kehren im Gelände. Wenn ihr das dosierte Bremsen geübt habt, könnt ihr es ideal anwenden bei Kurvenfahrten, weil die Kurven durch besonders reizen gehen in der Regel bergab. Sprich, man muss auch vor der Kurve das Tempo reduzieren, dass man nicht erst mitten in der Kurve anfängt zu bremsen, da kann die Räder wegrutschen und man verliert auf dem Fahrfluss. So, meine Kurventipps habt ihr jetzt alle gehört. Geht es spielerisch an, fahrt um die Goodie-Deckel, nehmt euren Rucksack und übt die Kurven, dann werdet ihr merken, das geht schnell im Fleisch und Blut über. Ich freue mich auf das nächste Video, wir sehen uns, bis dann!